Heute sprechen wir einmal über die Geheimwaffe Z. Was das genau ist, erfahren Sie gleich nach dem Vorspann. Hallo, hier ist Alex Rusch. Ich bin weiterhin mittendrin in der Vorbereitung des Live-Workshops im Internet mit dem Titel «Wie Sie in den nächsten 18 Monaten mehr erreichen als in den vergangenen 10 Jahren» – Version 2.0. Und deswegen bin ich auch am Durchschauen meiner Notizen, meiner Unterlagen der letzten 20 oder 30 Jahre. Und gerade gestern bin ich auf die Geheimwaffe Z gestossen, etwas, was wir bei uns in der Rusch-Firmengruppe ohnehin ständig vor Augen haben. Und mir wurde dann bewusst, seit dem Jahr 2001 bringe ich dieses Erfolgsprinzip in meinen Seminaren. Denn damals haben wir angefangen mit Seminaren. Das erste Seminar hieß «Noch erfolgreicher 101». Damals habe ich es gemeinsam mit Ferris Bühler gemacht. Und dann habe ich immer dann auf dem Flipchart so ein Z gemacht, wie Zorro, das jeweils gemacht hat, mit seinem Schwert. Und dann habe ich erzählt, was das bedeutet, Geheimwaffe Z. Jetzt sind Sie sicherlich gespannt, was meint Alex Rusch mit diesem Z. Und ich mache es bewusst geheimnisvoll, weil dann kann man sich das auch besser merken und man wendet es dann auch intensiver an. Also denken Sie immer an dieses Zorro Z. Und jetzt sage ich Ihnen, was das bedeutet, Z. Z steht für Zuverlässigkeit. Falls Sie bei mir schon Seminare besucht haben oder Erfolgspakete gekauft haben oder Online-Lehrgänge gebucht haben, haben Sie vielleicht schon einmal davon gehört. Aber es ist gut, dass ich heute auch wieder einmal darüber spreche, denn es ist ein einfaches Erfolgsprinzip, aber trotzdem auch ein schwieriges Erfolgsprinzip. Und wenn Sie dieses Erfolgsprinzip anwenden, werden Sie sofort erfolgreicher als Unternehmer, als Geschäftspartner, als Privatperson, als Angestellter. Im Prinzip in allen Bereichen des Geschäfts- und Privatlebens. Weil dann wird man sagen, auf Sie ist Verlass oder auf ihn kann man zählen. Und das ist sehr wichtig, denn so hält man sich ab von allen anderen. Man muss es ja ganz objektiv betrachten. Wenn Sie jetzt so ein bisschen nachdenken über Ihre Mitmenschen, über Ihre Familienmitglieder, über Ihre Mitarbeiter und so weiter. Die meisten sind schon mehr oder weniger zuverlässig. Ich würde jetzt dem sagen mittelzuverlässig, aber nicht sehr zuverlässig. Und was bedeutet das, wenn jetzt jemand mittelzuverlässig ist, zum Beispiel ein Mitarbeiter? Das bedeutet, dass ich als Chef dann Dinge nachprüfen muss. Ich muss nachfassen, wie man so schön sagt. Ich muss vielleicht sogar stossen. Ich muss vielleicht sogar fünf oder zehn oder zwanzig Mal nachfragen. Und das ist mühsam. Ich hasse das. Und bei mir gibt es jetzt so eine Regel, die vielleicht auch für Sie interessant ist zu erfahren. Mein Ziel ist natürlich, dass alle zuverlässig sind. Und am liebsten würde ich alle feuern, die nicht zuverlässig sind. Aber ich mache das nicht, denn bei mir gibt es auch so kleine Variationen. Also entweder ist jemand zuverlässig, dann ist alles gut. Oder die Person ist brillant und leider etwas unzuverlässig. Und dann nimmt man es vielleicht in Kauf, dann halt ständig hinter der Person her zu sein, weil die Person vielleicht brillant ist. Das passiert zum Teil zum Beispiel bei einem Webprogrammierer, der wirklich brillant ist und bestimmte Probleme lösen kann. Dann nimmt man es dann vielleicht in Kauf, dass er nicht so zuverlässig ist, dass man dann Babysitter spielen muss. Oder die zweite Abweichung, wenn jetzt jemand sehr günstig ist. Wenn zum Beispiel ein Outsourcing-Partner sehr günstig ist, aber halt nicht ganz so zuverlässig, dann nimmt man es zum Teil auch in Kauf. Aber ich muss auch sagen, manchmal ist es besser, wenn man jemanden hat, der mittelmässig ist von der Leistung her, aber dafür zuverlässig ist. Also jemand, der brillant ist und unzuverlässig. Weil es gibt auch Mitarbeiter oder auch Freischaffende oder Outsourcing-Partner, die absolut mittelmässig waren und dich trotzdem über Jahre behielt, einfach nur, weil sie zuverlässig waren. Weil ich wusste, wenn die sagen, bis dann und dann kommt es, dann kommt es auch bis dann und dann. Und das war mir mehr wert, als die beste Person des Faches zu haben. Und weil das hier ja ein Podcast ist für Praktiker, habe ich auch hier noch zwei Lektionen, die ich daraus ableiten kann. Lektion 1 Sie sollten bei der Auswahl von Mitarbeitern, von Geschäftspartnern und sogar von Lebenspartnern auf Zuverlässigkeit achten. Denn dann ist das Leben einfach einfacher. Denn ich habe vorhin schon erwähnt, wie frustrierend es ist, wie mühsam es ist, ständig nachzufassen, hinter denen her zu sein. Und wenn das eben nicht nötig ist, ist es so viel angenehmer. Lektion Nummer 2 Hier geht es um Sie. Sie sollten bei sich selber Zuverlässigkeit trainieren. Denn Zuverlässigkeit ist auch wie ein Muskel. Dann fängt man an mit kleineren Dingen und dann erhöht man es und man ist einfach immer zuverlässig. Und wenn man nicht zuverlässig sein kann, dann nimmt man ein Projekt einfach nicht an. Das ist der beste Weg. Und so baut man sich dann einen Ruf auf für Zuverlässigkeit und bekommt dann Projekte, die man sonst nicht bekommen würde. Man wird auch dann intensiv weiterempfohlen. Es öffnen sich Türen, weil man zuverlässig ist. Und man kann natürlich dann auch bestimmte Tools einsetzen für die Zuverlässigkeit, wie zum Beispiel Trello für Projektmanagement, damit dann nichts stecken bleibt, damit man auch dann die Termine entsprechend planen kann. Und auch als Firma kann man natürlich intern Systeme aufbauen, Autopilotsysteme, damit Sachen optimal ablaufen, damit man eben auch gegenüber Kunden zuverlässig ist. Dass die Bestellungen auch wirklich jeden Tag rausgehen. Und dass Support-Anfragen auch wirklich innerhalb von 24 Stunden beantwortet werden. Und dafür braucht es eben die richtigen Abläufe. Und auch die richtigen Tools. Diese Folge ist einmal ein wenig kürzer. Kurz und prägnant. Ich mache das immer so. Eine Folge muss nicht immer genau 15 Minuten sein. Sie kann auch mal 20 Minuten sein oder 25 oder auch nur 5 Minuten. Wichtig ist, dass die Botschaft wertvoll ist. Ich achte darauf, dass jede einzelne Folge absolut wertvoll ist. Dass man sie mit Freude anhört. Und damit man diesen Podcast auch mit Freude weiterempfiehlt. Somit hoffe ich, dass Sie auch diese Folge wieder einmal genossen haben. Dass Sie etwas Wertvolles gelernt haben. Dass Sie eine wertvolle Anregung bekommen haben. Wenn ja, würde es mich sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen würden. Auf www.mim-podcast.com gibt es im unteren Bereich der Website ein Weiterempfehlungsformular. Da können Sie einfach die E-Mail-Adresse, Name, Vorname des Empfängers eintragen. Plus Ihren Namen, Vornamen und E-Mail-Adresse. Und dann klicken Sie auf den Senden-Knopf. Und die andere Person bekommt dann von uns eine Empfehlungs-E-Mail. Und was auf der Empfehlungs-E-Mail steht, sehen Sie auch dort direkt auf der Website unten aufgeführt. Und das würde mir sehr viel bedeuten, wenn Sie unseren Podcast an 5 Menschen weiterempfehlen würden. Gleich jetzt. Besten Dank im Voraus. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg.